Servus Leute, grüßt euch auf Kanal vom pvpok und weiter geht's mit einem kleinen Schnipsel aus dem Spiel Stranded Deep. Diesmal werden wir versuchen ein Fass von einem Schiff an Land zu transportieren. Viel Spaß mit dem kleinen Schnipsel. Hallöchen liebe Freunde, es kommt nochmal ein kleiner Schnipsel. Und zwar habe ich jetzt mal hier zwei Fässer geholt von dem Schiff. Diese Fässer kann man also nur einzeln transportieren. Man könnte sie ins Wasser schmeißen und dann nehmen und zurückschwimmen. Da aber hier in dem Gebiet wiederum immer mal ein Hai rumkreist, wäre es natürlich nicht von Vorteil, wenn man ins Wasser geht und schwimmend versucht, dieses Fass zurückzubringen. Deswegen hüpfen wir einfach wieder auf unser Schlauchboot. Stellen oder legen das Fass hier ins Schlauchboot. Ups, wäre weiter gegen das Schiff gefahren. Und dann hoffen wir mal, das wird uns hier nicht... Na, komm, ein bisschen weiter ins Boot rein. Ah, na gut. Hat er jetzt nicht so gemacht, wie ich das reinlegen wollte. Weil einen Fass habe ich schon unterwegs mal verloren. Aber gut, da waren wir schon recht weit am Strand. Da konnte ich es also schön schwimmend an Land bringen. Das war kein Problem. So, jetzt nehmen wir unser Fässchen und laufen na erst einmal Richtung Strand. Dann schmeißen wir die Tonne hier hin und stellen sie hier hin. Na komm, bleib bitte stehen. So, mach keinen Ärger. Unser Schlauchboot holen wir auch gleich wieder. Damit es nicht abgetrieben werden. So, dann sollte man natürlich auch rückwärts laufen und nicht vorwärts. So, jetzt haben wir schon mal drei Fässer. Wir haben auch ja Bojen schon ergattert. Das wisst ihr ja. Das habt ihr ja schon gesehen. Das heißt also, wir könnten uns jetzt dann irgendwann mal, wenn wir genug Materialien zusammen haben, ein Floß oder verschiedene Flöße bauen. Aber so weit sind wir noch nicht. Und wenn es so weit ist, dann lade ich euch natürlich wieder ganz herzlichst ein, zuzuschauen, wie man ein Floß baut oder welches Floß, das man bauen kann. Jetzt schauen wir gerade noch einmal, was wir brauchen. Also, essen sind wir noch gut. Und trinken sollten wir mal. Gut, dann mache ich jetzt hier wieder mal einen Cut. Und dann wünsche ich euch wieder viel Spaß. Bis zum nächsten Schnipsel oder bis zum nächsten Video. Ciao, ciao. Dankeschön fürs Einschalten. Sage ich ganz einfach mal, Leute, vergesst den Daumen nicht zu drücken. Und vor allen Dingen, zieht doch gleich ein Abo, dann seid ihr immer auf dem Laufenden. Also dann, bis zum nächsten Spiel. Wünsche euch viel Spaß. Euer PvP OK. Holtrio, bis zum nächsten Video.